Ein Mercedes-Benz B180 ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 5000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2013. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Bluetooth, Tempomat, Start-Stop-Automatik und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017